Gude, da bin ich mal wieder und heute mal wieder aus Deutschland. Wir machen ganz entspannt ein kurzes Code-Video, gehen dafür wieder einmal auf System, auf Paketaustausch und ich will gerade mal was ausprobieren, ob ich diesen Code schon mal gezeigt habe, Group 1000. Habe ich schon, alles klar. Dann machen wir folgendes, wir geben den neuen Code ein, nämlich Facebook 0325, der ist ganz frisch von gestern. Dafür bekommt ihr 300.000 Kupfer, 300 Ausstiegspillen, 10x Ninja Gadget Lottery Tickets und 10 fortgeschrittene Rekrutierungstickets. Also Facebook 0325 ist der neue Code und ja, ich hoffe, der ist für den einen oder anderen noch neu. Und an der Stelle würde ich sagen, beenden wir das Video. Ich bin wie gesagt wieder in Deutschland, das heißt ab jetzt gibt es wieder geregelten Content, geregelte Videos jeden Abend und ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so sehen möchtet und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.